Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkopf nicht zu finanzieren Wenn wir gemeinsam ins Kapitol marschieren Wann könnte wo was explodieren Richtet eurer Waffen Richtet eurer Waffen Mit den Partidenerfindungen der Spielemacher macht er sich ein Sport heraus, um es zu töten. Ich habe keine Mut am Worten. Ich habe keine Mut am Worten. Ich habe keine Mut am Worten. Den Sport, den Sport, den Sport, den Sport. Wort, 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 Wort. Ladies and Gentlemen, willkommen zu den 76. Hungerspielen. Mein Liebes, Everdeen. Da würdet ihr nämlich jetzt wieder im Schnee und Eich spielen. Ich will doch nicht mehr gegen Chelsea spielen. Das verstehe ich über die Training. Während des gesamten Spiels wurde ich von Zuschauern beleidigt. Auf das Kapitol! Auf Snow! Nichts wird sich ändern, solange er am Leben ist. Richtet eure Waffen! Unsere Zukunft beginnt morgen bei Tagesanbruch. Denn wir gemeinsam ins Kapitol marschieren. Richtet eure Waffen! Dieses Gefühl, wann könnte wo was explodieren. Richtet eure Waffen! Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkopf nicht zu finanzieren. Richtet eure Waffen! Richtet eure Waffen! Richtet eure Waffen! Denn wir gemeinsam ins Kapitol marschieren. Wann könnte wo was explodieren. Nicht zu finanzieren. Richtet eure Waffen! 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 Wenn du all dem ein Ende setzt. Ich die mir verlesst. Ich die mir verlesst. Heute Nacht. Das alles was... Sie gehen mir auf den Sack. Ich habe immer, yes, immer gemacht. Immer gemacht. Wir haben keine Angst vor dem islamischen Staat. Das nächste Mal, wenn irgendeine Weltmacht kommt und sagt, hör mal zu, lass mal bitte da und da bombardieren. Heute Nacht. Das alles was... Sie gehen mir auf den Sack. Ich habe immer, yes, immer gemacht. Immer gemacht. Das alles was... Sie gehen mir auf den Sack. Heute Nacht. Heute Nacht. Heute Nacht. Das ist doch unglaublich. Ich habe fertig. Heute Nacht. Heute Nacht. Heute Nacht. Dann hör mal zu, lass mal zu. Heute Nacht. Jetzt ja morgen bei Tagesanbruch. Wenn wir gemeinsam ins Kapitol marschieren Wann könnte wo was explodieren? Nicht zu finanzieren! Bis zum nächsten Mal!